Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Anja, Lea und Javanna. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdizismus. Ich bin Anja und dabei sind heute die Lea und die Javanna. Hallöchen! Heute haben wir eine kleine Premiere, denn wir feiern die erste Folge unseres Girls Talk. Girlizismus! Genau, heute einmal nur in einer kleinen Runde mit uns Mädels und wir sind auch schon ganz gespannt. Wir besprechen heute nämlich den neuen Wonder Woman Film und bevor wir damit starten, falls ihr uns das erste Mal heute hört, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf iTunes, in eurem Podcatcher. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, was ihr uns auf allen Social Media Kanälen zukommen lassen könnt. Und zusätzlich haben wir auch eine WhatsApp-Nummer, das ist die 01525-964-7709. Und natürlich könnt ihr uns auch auf unserem Discord erreichen, das ist nerdizismus.de slash Discord. Ja, das sind alle unsere Kanäle, wo ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Ja, und vielleicht habt ihr auch eine besondere Meinung zu dem neuen Wonder Woman Film 1984. Das war das richtige Datum, stimmt's? Ja. Kannst du auch mal überlegen, welche 80er Jahre waren es nochmal? 84. 84, ja, irgendwie zieht sich diese Zahl durch alle möglichen Dinge durch. Ich weiß gar nicht, warum die sich immer 1984 aussuchen. Das habe ich mich auch während des Films irgendwie gefragt. Wegen dem Kalten Krieg natürlich. Das war für die Amerikaner ein wichtiges Jahr. Wahrscheinlich. Und diese Staffel von American Horror Story ist doch auch 1984. Ja, und Stranger Things die erste auch. Ja, ich suche die Verbindung zwischen diesen ganzen Serien und Filmen, aber ich werde sie noch nicht finden. Das war das Jahr, in dem fast der nukleare Krieg losgegangen ist. Ja, aber was hat das mit den Filmen zu tun? Ich weiß es nicht. Komische Stimmung im Land halt. Wahrscheinlich ist es das. Außerdem können wir davon ausgehen, dass sehr viele von den heutigen Filmemachern zu der Zeitpunkt halt gerade ihre prägende, frühe Jugendzeit hatten. Ja, okay. Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Ja. Diawanna hat den Film heute erst geschaut und hat natürlich noch die frischesten Erinnerungen jetzt daran. Ich habe den Film jetzt vor ein paar Tagen gesehen, aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht in einem Stück gesehen. Und das soll schon was heißen. Ich musste leider so in der Mitte des Films unterbrechen, weil ich echt müde geworden bin und weil ich leider sagen musste, puh, mir ist ganz schön langweilig. Boah, das ist mal ein Statement. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich die zweite Hälfte spannend fand. Ja. Ja, schon. Aber das ist jetzt so der erste Eindruck, den ich mal in den Raum reinschmeiße. Und ich denke mal, wir werden ein bisschen spoilern in dieser Folge. Ja, auf jeden Fall. Anders geht es gar nicht. Ja, sonst kann man es nicht gut besprechen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es ist seit gestern, dem 18. Februar, auf Sky Cinema und Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket kann man monatlich abonnieren und dann auch entsprechend wieder kündigen. Und da zahlt ihr weniger, als wenn man zu zweit ins Kino gegangen wäre für einen Film, den man auch mal ganz nett unterbrechen kann, um sich was zu trinken zu holen. Ja, und das ist doch eigentlich schon der erste Punkt. Der Film läuft nicht im Kino. War das für euch vom Kinogefühl anders? Weil bei mir war es was komplett anderes, als ich den Film zu Hause gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, unser Fernseher ist schon relativ groß. Und wir hätten ihn natürlich auch irgendwie auf der Leinwand gucken können. Aber das ist immer irgendwie so ein bisschen Aufwand. Und irgendwie hatte ich gedacht, naja, komm, wir gucken den jetzt einfach so. Und ich denke mal, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen besser gefunden, wenn ich es im Kino geguckt hätte. Ich meine, es ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, im Kino gewesen zu sein. Es ist jetzt schon wirklich lange. Also ein Jahr war es bei mir jetzt auf jeden Fall. Und wenn ich darüber nachdenke, wäre ich traurig. Ja, absolut. Ja, also ich glaube, von uns dreien habe ich den kleinsten Fernseher. Aber was ich andererseits gut fand, war, dass ich es im Original gucken konnte. Und das geht bei uns hier in der Umgebung nicht so häufig. Da ist man auf die Güte der wenigen Kinobetreiber, die Omo oder OV zeigen, angewiesen. Und das ist meistens nicht unbedingt der Superheldenfilm, der dann gezeigt wird. Ja, das stimmt. Und ich war auch sehr froh, dass wir den im Original gucken konnten. Normalerweise fahren wir halt dann irgendwie nach Düsseldorf ins Kino, wo es dann den Film irgendwann zu einer späten Stunde im Original mal zu sehen gibt. Und das war natürlich jetzt ein Vorteil, den zu Hause auch direkt auf Englisch gucken zu können. Ich hätte es mir auf Deutsch nicht angetan, glaube ich. Also bei mir war das so. Ich fand es aber lustig, weil ich weiß ja, wie Gal Gadot spricht mit ihrem leichten Akzent. Und in Semiskura die anderen Amazonen sprechen halt genauso. Und mein Freund, der den ersten Wonder Woman zwar mit mir gesehen hat, aber halt nur auf Deutsch damals, als der im Kino war. Der hat halt gefragt, wieso zum Teufel die ihm mit einem Akzent sprechen, weil wenn jemand mit mir in meiner Muttersprache redet, dann habe ich ja keinen Akzent. Ich finde den Akzent von ihr so süß und liebenswert. Ich höre das total gerne. Also ich mag ihre Stimme einfach auch total gerne und ich möchte das nicht verfremdet haben. Auch wenn Synchronsprecher gute Arbeit leisten, kommt natürlich einfach nicht der Charakter so rüber. Klar, ist halt nicht der gleiche Vibe, ne? Ja. Ja, mein größtes Problem war eigentlich, dass ich ständig auf mein Handy geguckt habe, ne? Also im Kino habe ich das ja nie, da sitzt du und da guckst du nicht auf dein Handy. Aber jetzt so, als ich dann vor dem Fernseher saß, dachte ich zwischendurch so, boah, irgendwie ist mir echt langweilig. Und habe dann die ganze Zeit auf meinem Handy gescrollt. Und so sind mir ein paar Sachen auch entgangen zwischendurch. Und dann musste ich noch mal gucken, so ey, was ist da passiert? Ich habe dann zum Glück in der WG geguckt, die mir dann die Frage beantworten konnten. Aber, oh, und der Film war echt verdammt lang, oder? Ja, deswegen, das war auch so ein Punkt, deswegen habe ich auch unterbrochen, weil es war wirklich super lang. Über zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden. Ja. Krass, oder? Ich fand es auch zu lang. Und man hätte das auch erkürzen können. Also auf jeden Fall. Ja, absolut. Die Geschichte ist auf jeden Fall kürzbar. Ja, man hätte da so einen kompletten Trip nach Kairo kürzen können. Ja. Aber um halt die Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, mag eine von euch mal kurz zusammenfassen, was passiert? Weil, wie jeder weiß, ich kann keine Zusammenfassungen. Ja, da ist Javi wahrscheinlich am frischsten drin. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es ja vorhin erst geguckt, heute Morgen. Ja, also der Film eröffnet mit einer Erinnerung aus Dianas Kindheit, wo sie als junges Mädchen bei einem Wettbewerb gegen die ganzen bereits erwachsenen Amazonen antritt. Und den Titel der Greatest of all times sozusagen, den Goat-Titel abholen möchte. Schlägt sich auch erst ganz gut auf so einem Ninja-Warrior-Kurs und dann verliert sie zu fährt aber leider ein bisschen die Aufmerksamkeit, weil sie schaut, wo die anderen sind. Und dann schummelt sie, um rechtzeitig wieder im Stadion anzukommen und diesen letzten tollen Sperrwurf zu machen. Und da wird sie dann von ihrer Trainerin natürlich für gerügt und gesagt, dass nichts in der Welt wirklich funktioniert, wenn man schummelt und dass das so nicht geht. Und da haben wir im Prinzip schon die gesamte Message des Filmes in der allerersten Szene. Und ihre Mutter sagt ihr dann aber, deine Zeit wird kommen. Die Welt ist nur noch nicht bereit für dich. So, dann wechseln wir in die 80er Jahre. 80er Jahre Ästhetik super nice getroffen, vor allem von den Kostümen. Und wir sehen ein paar Momente, in denen uns nur ein kleiner Hauch von Wonder Woman gezeigt wird, wie sie so im Alltag Leute rettet. So eine Braut, die fast von so einer Balustrade runterfällt. Ach, so cheesy, die erste Eröffnungsszene. So cheesy. Ja, das war richtig cheesy und ich denke, es war halt Absicht, um zurück auf die Oldschool-Linda-Kater-Urne-Women anzuspielen, weil die hat auch dieses Augenzwinkern gemacht und so. Also es war so richtig cartoonisch, 80er-Galor. Was man aber erst nicht erwartet. Nee, man hat es überhaupt nicht erwartet, weil man es aus dem ersten Film nicht kannte. Und ich persönlich musste direkt denken, so, oh, die wollten sein wie der lustige Thor-Film und haben es nicht geschafft. Aber das ist wieder eine Meinung. Wir wollten zurück zur Zusammenfassung. Jedenfalls sehen wir dann, dass sie jetzt im Smithsonian arbeitet. Also in einem Museum mit ganz vielen tollen Artefakten. Und da halt als Spezialistin und wir werden, uns wird ihre, ja, neue Freundin, Gegenspielerin, wer auch immer, die andere Person vorgestellt. Und zwar Kristen Wicks, Barbara Ann Minerva. Und die ist der Oberdork inklusive, kann nicht in High Heels laufen, lässt ihren kompletten Taschen fallen vor ihren Kollegen, ist unsozial und bla, 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 bla. Also das übliche, der hübschen Frau wird eine Brille aufgesetzt und wir sollen alle glauben, dass sie ein totaler Nerd ist, der nicht mit Menschen umgehen kann. Ja, jedenfalls ist die auch eine tolle Spezialistin und wurde gerade neu eingestellt vor einer Woche und ist total fasziniert davon, dass das FBI gerne möchte, dass sie sich was anguckt. Denn in dieser ersten Cheesy-Szene wurde ein Juwelierladen ausgeraubt, aber nicht wegen der tollen neuen Shiny-Juwelen, sondern weil im Hinterzimmer mit Artefakten gehandelt wurde. Sie soll also die Artefakte begutachten und dabei findet sie das Hauptgimmick des Filmes, das sie als erstes als ein Fake-Artefakt aus Zitrin beschreibt. Das ja ein Material, was oft benutzt wird von modernen Leuten, die alte Artefakte herstellen wollen und teuer verkaufen. Und Diana sieht das halt zufällig und weil sie fließend Latein lesen kann, liest sie so eine Inschrift vor, die halt sowas ähnliches sagt wie, ja, wenn du mich in der Hand hältst, darfst du dir was wünschen und dann wird das wahr. Ja, und da kommt dann im Prinzip auch schon, also Barbara sagt, sie wüsste gar nicht, was sie sich wünschen soll, während Diana dann sagt, ich weiß, was ich mir wünschen würde. Und es weht ein wunderschöner Windhauch durch ihre Haare, um uns als Zuschauer zu signalisieren, dass ihr Wunsch gerade tatsächlich auch gewährt wurde. Genau. Und um dieses Gimmick geht es dann, weil ein gewisser Herr Max Lord, der geilste Pseudo-Evil-Name der Welt, dieses Ding, dieses Artefakt schon seit langer, langer Zeit sucht. Denn es handelt sich dabei um einen sogenannten Wunschstein, was später im Film auch von Diana herausgefunden wird, ist, dass das von einem Trickstar-Gott erstelltes Artefakt ist. Ja, viele Namen. Er hat viele Namen. Und dass halt jeder Wunsch natürlich auch was kostet. Wir kennen das alle. Magie hat seinen Preis, bla bla bla. Ja, be careful what you wish for. Jedenfalls dieser Max Lord, der quasi irgendwie eine Trump-Karikatur ist, der immer schon erfolgreich sein wollte, also Trump, bevor er Präsident wurde, will ich hiermit sagen, der immer schon erfolgreich sein wollte, aber einfach alle seine Unternehmen in den Sand gesetzt hat, wünscht sich dann eben von diesem Stein nicht nur, dass er erfolgreich ist, sondern er wünscht sich, dass er selber der Stein wird. Warum auch immer. Jedenfalls löst sich der Stein dann quasi in Luft auf und er ist jetzt der neue Stein. Und jeder Mensch, den er berührt und der dann die Worte sagt, ich wünsche mir das und das, wird dann dieser Wunsch erfüllt. Und Max Lord kann sich dann dafür halt etwas nehmen. Und so wird dieser sowieso schon großen, wahnsinnige Möchtegern-Ölbaron zu einem tatsächlichen Ölbaron und reißt die gesamten oder ich glaube mehr als die Hälfte der Ölreservoire der Welt an sich. Und wir sehen den Anfang davon in einer Szene, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, in Kairo. Ja, wo, gut, andere politische Probleme mal zur Seite gestellt. Der Werteherr, dem die Ölfelder gehören, sowas sagt wie, ich wünschte mir, dass der Anspruch auf das Land meiner Vorfahren mir gewährt wird und dass alle ketzerischen Heiden für immer bestraft werden oder so ein Blödsinn. Und dann sagt Max will, ja, gebe ich dir und dafür nehme ich all dein Öl. Und der Typ so, hä, du kannst mein Öl gar nicht nehmen. Und dann meint er, gut, dann nehme ich deine Sicherheitskräfte. Und plötzlich hat er quasi eine kleine Art Privatarmee und, wie gesagt, sehr viel Öl und da wächst so eine Mauer in Kairo. Es ist auf jeden Fall ganz schrecklich. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil dann rede ich mich in Rage. Jedenfalls kommt natürlich Diana mit ihrem neu gefundenen alten Liebhaber Steve dazu. Steve, muss man dazu sagen, ist nicht er selber, der aus der Vergangenheit gekommen ist, sondern seine Seele wurde in einen anderen Körper, der bereits in den 80er Jahren lebte, projiziert. Ja, aber auch nur, weil sie es sich gewünscht hat. Sie hat sich ihn ja zurückgewünscht. Das meinte ich. Der Wunsch wurde ja gewährt. Und wir wissen ja alle, ihr großer Wunsch, weil Wonder Woman ja eine Frau ist, kann sie nur den einen Wunsch haben, ihre große Liebe wiederzuhaben. Jedenfalls ist Steve jetzt nicht er selber, sondern er besetzt quasi den Körper von einem arglosen Dude aus den 80ern. Der aber anscheinend noch alles kann, was Steve so konnte. Also gut fliegen und gut Autofahren und dann, ach so ja, und während die dann nach Kairo fliegen, das fand ich tatsächlich sehr cool, haben sie noch den Invisible Jet von Wonder Woman mit eingebracht, weil Wonder Woman jetzt plötzlich auch Magie kann. Und, weil ihr Vater hat das ja schon immer probiert und sie hat es noch nie hingekriegt, aber jetzt schafft es. Mit einem Teelöffel oder sowas, ne? Irgendwie so ein kleines... Coffee Cup. Ja, und dann auf einmal schafft sie es ein ganzes Flugzeug. Naja, egal. Ja, jedenfalls macht sie, das vorhandene Flugzeug macht sie unsichtbar. Und so haben die dann quasi den Invisible Jet mit in diese Geschichte reingebracht, statt einfach ein tatsächlich, also ein comichaftes, unsichtbares Flugzeug zu haben, haben sie so drumherum gedichtet, dass Wonder Woman halt Dinge unsichtbar machen kann. Warum das Teil nicht auf dem Radar angezeigt wird, nur weil es unsichtbar ist, weiß ich nicht, aber die Erklärung ist natürlich Magie. Und so, in Kairo haben wir natürlich dann einen tollen Fight, wo Diana ein paar Panzer wegtritt und so ein Scheiß. Entschuldigung, so ein Blödsinn. Ein paar kleine Kinder gerettet werden müssen, die auf der Straße spielen und nicht sehen, dass da drei Panzer und ein Jeep angefahren kommen. Und Steve, der zwar schon mehrere Jahrzehnte vor der Erfindung dieses Raketenkopfes gestorben ist, wusste trotzdem, wie man ihn bedient und konnte damit Wonder Woman's Lasso an einer strategisch guten Stelle platzieren, sodass sie das alles machen konnte. Aber während dieses Kampfes sehen wir, dass sie nicht mehr unverwundbar ist. Oh mein Gott. Und plötzlich beginnen wir uns zu fragen, könnte das von dem Wunsch sein? Wir sehen also tatsächlich dann auch das erste Mal unsere Superheldin, über die wir uns so wahnsinnig gefreut haben, dass es eine starke Superheldin gibt, deren Film darauf basiert, wie stark und unabhängig sie ist, als Damsel in Distress, die gerettet werden muss von ihrem wunderbaren Steve. So, dann springen wir wieder zurück nach, wo ist das, Smithsonian, nach New York und, nee, nach DC, die sind in DC. Ist auch egal. Ja, jedenfalls sehen wir, wie Barbara, nach Amerika, sehen wir, wie Barbara Ann, die sich nämlich gewünscht hat, mehr so zu sein wie Diana, weil die ja so schön selbstbewusst und wunderschön und weiß ich nicht, was ist, auch Kräfte entwickelt hat. Nämlich erst mal selbstbewusst sein und die Fähigkeit, in hohen Absätzen zu laufen, ohne sich den Fuß umzuknicken. Und plötzlich dann auch ein Gespür für Mode hat und keine Dauerwelle mehr trägt und, Entschuldigung, es ist keine neutrale Zusammenfassung mehr. Aber jedenfalls wacht sie dann morgens auf und merkt, dass sie tatsächlich auch kraftvoll geworden ist. Das war so eine lustige Szene, dass sie ihre Kühlschranktür abgerissen hat. Es war so ein bisschen Spidey-mäßig. Ja, genau, da musste ich auch dran denken. Und dann merkt sie allerdings, dass das eigentlich gar nicht schlecht ist, als sie mal wieder auf der Straße von einem Kerl dumm angesprochen wird und sich diesmal tatsächlich verteidigen kann und nicht auf Dianas Hilfe angewiesen ist, wie vorher im Film. Und da sieht man schon so ein bisschen den Hass in ihren Augen brodeln und den Anfang ihrer Origin-Story. Okay, aber noch gibt sie sich nicht der dunklen Seite hin, sondern ihr gefällt bloß, was gerade mit ihr geschieht. Ja, dann in der Welt von Max Lord geht es dann dahin, dass er ein sehr erfolgreiches Business hat, weil plötzlich ja alle Öldinger von ihm sprießen und er so viel an sich gerissen hat. Er wird immer kranker, irgendwas ist kaputt mit ihm, wahrscheinlich der Stein oder vielleicht irgendein Fluch, wir wissen es noch nicht so genau. Und dann sieht man ihn mit seinem Sohn, der wegen einer Scheidung nur irgendwie alle paar Wochenenden bei ihm ist und ihm das dann irgendwie gerade nicht passt. Aber auf jeden Fall redet er sehr merkwürdig mit seinem Sohn, der eigentlich nur total süß sein will und sagt sowas wie, du darfst deinen einen Wunsch doch nicht verschwenden. Und wir merken halt, dass jeder Mensch quasi von dem Stein nur einen Wunsch erfüllt haben kann. Deswegen hat sich Max Lord wahrscheinlich auch selber in den Stein verwandelt, damit er dann über den Umweg von den Wünschen der anderen sich alles Mögliche holen kann. Wir sehen den Gipfel seines Größenwahns, als er beim Präsidenten quasi verlangt, dass er alle Macht und Respekt hat, die dieser Präsident hat. Zusätzlich zu allen Kommunikationsmöglichkeiten und einem gewissen Satellitensystem, wo Partikelgeneratoren eine Nachricht über die gesamte Welt schicken. Und weil das ja berührend ist, kann er das wohl irgendwie nutzen. Ja, jedenfalls wollen das natürlich Diana und Steve aufhalten und kämpfen ganz schön da. Und dann kommt das erste Mal Barbara in einem neuen Punk-Outfit. Noch nicht ganz in ihrer Cheater-Form, wie wir sie später sehen werden, aber auf jeden Fall schon mal sehr punkig und hat keine Lust, ihren Wunsch jemals aufzugeben. Warum weiß sie, dass das notwendig ist? Weil Diana und Steve praktischerweise bei einem Schamanen waren, den Barb gefunden hat, der wohl Maya-Vorfahren hat und ein großes, großes Buch der Maya-Geschichte zu Hause liegen hat. Und das noch nie irgendwem gezeigt hat, weil seine Vorfahren das so gewollt haben. In dem drin steht, dass dieses Wunschding halt nur gebrochen werden kann, wenn man entweder seinen Wunsch offiziell zurücknimmt oder den Stein zerstört. So, Barbara hat in dem Moment natürlich gemerkt, oh scheiße, ich will meinen Wunsch gar nicht zurückgeben. Und wenn die jetzt dem Max Lord was tun, dann wird mir das ja trotzdem genommen. Also fühlt sie sich jetzt wie der persönliche Bodyguard von Max Lord und beschützt den aus irgendeinem Grund. Und als die dann gemeinsam in einem Privatjet sind, sagt sie auch Worte so ähnlich wie, ich möchte ein Raubtier sein. Also im Englischen hat sie gesagt Apex Predator. Und so wie noch nie jemand vor ihr war. Und das ist quasi der Wunsch, der sie dann zur full-blown Cheetah-Bösewichtin macht. Und dann haben wir die Szene, genau, also Diana merkt, dass alles in sich zusammenfällt und dass sie ihre Kraft immer mehr verliert. Und dass der einzige Weg ist, dass sie Steve quasi gehen lassen muss. Und das merkt Diana natürlich nicht selber, sondern Steve muss sie selbst darauf hinweisen, dass er hier nichts zu leben hat. Und dass die Welt doch wunderschön ist und dass sie noch so viel Leben vor sich hat und sich nicht auf ihn fokussieren soll. Und bei einem mehr oder weniger tragischen Abschied von den beiden nimmt sie dann offiziell ihren Wunsch zurück und kriegt ihre Kraft wieder. Und kann jetzt plötzlich fliegen, weil das ja Steves Ding war. Und er gesagt hat, dass Fliegen eigentlich ganz leicht ist. Und deswegen probiert die das einfach mal aus. Auch mit ihren tollen Superheldenposen in der Luft natürlich. Und dann nimmt sie ein Artefakt an sich, das eine goldene Rüstung ist, die wir in den Trailern schon gesehen haben. Die Rüstung der besten Kriegerin aller Zeiten, die mit dem Namen Asteria, die damals, als die Amazonen sich von der Welt zurückgezogen haben nach Temeskyra, ist die zurückgeblieben, um die Menschen, also die Männer vor allem, zurückzuhalten. Und deswegen haben alle Amazonen ihre Rüstungen zusammengeschmolzen und ihr die beste Rüstung aller Zeiten gegeben. Und diese Rüstung hat Diana in ihren Jahren jetzt auf der Erde gefunden und hatte die bei sich zu Hause rumstehen. Und die hat sie jetzt halt angezogen, um sich gegen Max Lord zu richten. Und da, als sie ihn findet an diesem Studio sozusagen, wo er sein Signal über die ganze Welt schicken möchte oder auch das tatsächlich tut, da treffen wir dann auf die tatsächliche Cheetah, die ein bisschen aussieht, als wäre sie vom Cats-Set weggelaufen. Ja, dankeschön. Ja, nur eigentlich, also tatsächlich finde ich, so hätte Cats aussehen können, weil die hatte wenigstens noch das coole Make-up im Gesicht und nicht diese creepy Verschmelzungsding. Ich habe den Cats nicht gesehen, weil ich glaube, sonst kriege ich Albträume. Ja, ich konnte den auch nicht sehen. Die Trailer waren mir schon zu viel. Aber ich war auf jeden Fall froh, dass diese Cheetah-Szene im Dunkeln stattgefunden hat und dass es eine Kampfszene war. Und nicht bei Tageslicht, ja. Ja, genau. Und sie hat auch keinen Evil-Monolog oder so gehalten, dass wir sie nicht genauer ansehen mussten. Ja. Jedenfalls hat sie alle ihre Menschlichkeit verloren und ist deswegen jetzt vollkommen zum Biest geworden. Also hat sie auch einen Schwanz, der aus irgendeinem Grund gewachsen ist und Krallen. Wonder Whomens goldene Rüstung ist grandios und diese Flügel, die wir auch im Trailer gesehen haben, sind nicht zum Fliegen da, sondern als Schild. Und dann wirft die die irgendwie ab und verpasst Cheetah den Elektroschock ihres Lebens, um sie irgendwie außer Gefecht zu setzen. Aber wir kennen ja Wonder Woman, die tötet nicht. Also legt sie die da einfach hin und geht dann rein zum Exelort, der immer noch der Meinung ist, You can have it all, but you just have to want it. Also den Slogan des Kapitalismus sozusagen. Und man sieht, wie er halt vollkommen verrückt seinen Broadcast an die ganze Welt sendet und dabei seine Krankheit scheinbar irgendwie verschwindet. Er hatte da auch in diesem Privatjet mit Cheetah sowas gesagt, wie er würde sich seine Jugend schon ein Organ nach dem anderen von den Leuten zurückholen, wenn es sein muss. Also vollkommen abgedreht. Aber natürlich schafft es Wonder Woman ihr Lasso der Wahrheit, um seinen Fuß zu wickeln und ihm ins Gewissen zu reden, beziehungsweise eigentlich nicht in sein Gewissen, weil er sagt, was sagst du mir das? Mich interessiert es nicht. Sie sagt stattdessen, dass sie mit der ganzen Welt geredet hat und daran appelliert, dass man selber der Wandel in der Welt sein muss, den man sehr gerne sehen möchte. Wir haben noch einen Schnitt zu Max Lords Sohn, der weint und nach seinem Papa ruft und sich fragt, warum der nicht da ist. Obwohl er sich das doch so doll wünscht, dass der Papa da ist. Und da wir vorher im Film von Diana schon gehört haben, dass das Lasso nicht nur dazu da ist, dass man die Wahrheit sagt, sondern auch, dass man die Wahrheit sehen kann, sieht Max anscheinend eine Vision von seinem Sohn, die dann, der da ganz verzweifelt und weinend in den Trümmern steht, hat dann ein Flashback zu seiner eigenen Kindheit, wo sein Vater zu ihm scheiße war und besinnt sich dann darauf, dass er so nicht zu seinem Sohn sein will. Und deswegen beschließt er dann, dass er seine große Hasstirade da aufgibt und stattdessen zu seinem Sohn geht und nimmt offiziell seinen Wunsch zurück. Woraufhin dann alles wieder rückgängig gemacht wird, weil alle möglichen anderen Leute auch ihre Wünsche zurücknehmen. Und ist ein bisschen kitschig, aber wir kennen ja Wonder Woman, so gehört sich das für ihre Marke, sag ich mal. Und dann kriegen wir noch die große Moral von dem Sohn ans Herz gelegt, dass man geliebt werden kann, ohne was dafür zu tun. Und dass der Papa sich gar nicht beweisen muss und dass er auch nicht ihn stolz machen muss, weil er liebt ihn einfach nur, weil er sein Papa ist. Und das war die schönste Szene im ganzen Film. Das war die schönste und ehrlichste und tiefgreifendste Szene des ganzen Films. Ja, die hat mich wirklich berührt. Mich auch, weil ich da auch persönlich gerade mit zu kämpfen habe. Aber das fand ich auch super, super schön. Und dann sehen wir Wonder Woman in einem Winter Wonderland, wie sie den Schnee bewundert und die Glitzerlichte und so weiter. Und dann ist da, oh mein Gott, der Typ, in dessen Körper Steve gefangen war, mit dem Outfit, das Diana für ihn ausgesucht hatte. Und sagt sowas wie, die Welt ist so wunderschön und die Welt ist so viele Dinge. Also ein Satz, den vorher Steve quasi eins zu eins so gesagt hat. Und sie lächeln sich an und so ein kleiner Flirt und dann so, ja, einen schönen Tag noch. Und alles war wieder gut. Und dann sehen wir in der Endcredits-Szene noch mal Linda Carter, die Original Wonder Woman. Das fand ich sehr, sehr cool. Bestes Szene. Die ist unterwegs und da fällt so eine Laterne um und die hält die halt auf. Und dann sagt so eine Frau, oh danke, 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 danke. Und man sieht die die ganze Zeit nur von hinten in so einem blauen Umhang und auch mit so einem Goldarmband-Ding. Und man denkt schon so, hm, sieht ein bisschen wonderwumig aus. Und dann dreht die sich halt um und dann ist das Linda Carter und die macht ihr Zwinkern. Und man, ja, die hat halt im Prinzip in dem Film diese Asteria, also diese überkrasse Amazonin gespielt, die zurückgeblieben ist. Und die anscheinend, wie wir jetzt sehen, auch immer noch auf Erden wandelt und Gutes tut. Ja, das war sehr charmant. Also diese Endcredits-Szene. Das war ein netter Auftritt. Ich fand das super. Aber sie haben es auch direkt mit Einblendung erklärt, quasi, wer das ist und warum das toll ist für die Leute, die es nicht direkt erkannt haben. Ja, gut. Aber, ja, süß. Also, wie gesagt, süßes, bisschen kitschiges, aber sehr süßes Ende zu einem Film, der, wie man schon an meiner kurzen Zusammenfassung hier gehört hat, einfach viel zu lang war. Ja. Unfassbar. Unfassbar lang. Und, ja, wie gesagt, diese Zeitgeschichte mit Steve, die war für mich persönlich total unnötig. Ich meine, ja, es ist ein Problem. Die war schrecklich. Für Wonder Woman, aber ich fand halt dieses, das mag ich generell in Filmen nicht, wenn jemand zu einer anderen Person wird. Und dann ist es aber, wir sehen halt nicht die Person, sondern wir sehen, naja, wir sehen Steve, damit jeder auch kapiert, dass es jetzt die Seele von Steve ist. Wir sehen jetzt Steve so, wie sie ihn sieht, aber eigentlich sieht er anders aus. Also, wie mit dieser Spiegelzähne. Also, in dieser Szene, wo sie ihn auf der Party trifft und umarmt und dann die Kamera sich so im Kreis dreht, hab ich gesagt so, hä? 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 Weil ich dann erst dachte so, haben die jetzt gerade, also, hat der jetzt wirklich sein Face geändert oder ist er was? Hä? Und dann fand ich auch noch, dass Chris Pine aus irgendeinem Grund überhaupt nicht aussah wie Chris Pine. Der sah komisch aus, oder? Da sah die erste Hälfte des Films total komisch aus. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Reshoots waren oder sowas, aber das sah mega merkwürdig aus. Ja, fand ich auch. Aber ich finde halt prinzipiell, ich bin eh kein Fan von Steve. Ich finde den in den Comics auch nicht wahnsinnig toll, weil ich halt finde, Wonder Woman ist so eine Standalone-Frau. Die braucht das halt nicht, dass sie noch so einen Sidekick hat halt. Und gerade in diesem Film war Steve so unfassbar unnötig. Ja, total. Die einzige Szene, in der er wirklich notwendig war, war, als Wonder Woman auf der Straße mit den Kindern war und da sein Fahrzeug kurz davor gehalten hat, damit nichts passiert. Ja, da war er der Shining Armor-Held, um unsere Dämsel in Distress zu retten und es hat mich richtig genervt. Ah ja, und da muss ich kurz einwerfen, weil Chris mich darum gebeten hat. In dieser Szene mit den Kindern konnte man sehen, dass eins der Kinder eine Puppe war. Ernsthaft? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie lustig. Das war sehr, sehr deutlich zu erkennen. Das war, ja, amüsant. Also ich finde es halt so traurig, weil man braucht Steve auch nicht für den Emotional Range von Wonder Woman. Die kommt auch total gut ohne den zurecht. Richtig. Ich fand nämlich, dass die in der Szene, wo die mit Barbara gesprochen hat und gesagt hat, dass sie mal verliebt war und dass das schon ewig her ist und dass er tot ist. Das war so emotional. Es war so schön. Genau, das war toll. Die Bindung zwischen denen, das wäre viel, man hätte das mehr ausbauen können. Das ist halt so zwischen den Frauen einfach diese freundschaftliche Beziehung, dass man das in den Vordergrund stellt. Die Freundschaft, die dann mit Eifersucht quasi zerstört wurde. Genau, das wäre eine viel interessantere Hauptgeschichte als jetzt, ja, aber ich wünsche mir doch this one thing. Ja, wie sie es auch gesagt hat, can I have this one thing? Nein, kannst du nicht. Er ist gestorben. Es tut mir leid. Er ist jetzt schon länger tot und das ist natürlich schlimm. Ja, ich bitte dich, als ob die drei Jahrzehnte lang, oder was, noch länger, ne? Warte, der erste Weltkrieg war ja noch länger. Ja, die hatte ein halbes Leben mit denen. Sechs Jahrzehnte, sechs Jahrzehnte lang in Trauer, ich bitte dich. Ja, richtig. Nee. Also die hat den gekannt für was? Zwei Monate und dann ist der gestorben und dann soll die 60 Jahre um den Trauern so sehr, dass sie ihre ganzes Wesen dafür aufgibt. Ja, das ist so unglaubwürdig, ne? Und wie gesagt, ich finde das so viel schöner, weil, was ich halt toll fand, ist, ich bin kein Fan von Kristen Wiig, weil ich mag sie einfach nicht so gerne. Aber, was ich gut finde, ist, dass die nicht irgend so eine junge Schauspielerin genommen haben, sondern eine Frau Ende 40, ja? Eine erfolgreiche Frau in Hollywood Ende 40, ja, also die ist halt aus dem Comedy-Bereich, da ist sie sehr viel unterwegs. Ich mag die Filme mit ihr meistens eher nicht so, aber ich fand die Besetzung an sich gut. Ich fand auch, dass die wahnsinnig gut bespielt hat. Ja, Kristen Wiig ist ja sogar älter als Gal Gadot. Ja, genau. Also sie ist jetzt, ich glaube, 47 oder 48 wird sie dieses Jahr. Ja, die ist 73er-Jahrgang. Genau. Und Gal Gadot ist 85er-Jahrgang. Genau. Ich finde das halt toll, dass sie nicht irgend so eine Jung-Schauspielerin, sag ich jetzt mal so salopp, genommen haben, die so zu ihr aufschaut, sondern einfach eine, ich finde, das passt einfach. Eine gestandene Frau. Genau. Total. Aber was ich halt dann… Das passt auch gut zu Minerva. Ja, auf jeden Fall. Nur, wie du schon am Anfang gesagt hast, Javanna, dieses Klischee, dieser Nerd, diese Unsicherheit, das fand ich halt auch wieder sehr übertrieben. Auch vor allem so dieses Klischee mit den Schuhen. Ja, du gehst zum neuen Jahr Schuhen und dann mit der Brille. Das hat doch ein Mann geschrieben, oder? Das hat doch definitiv ein Mann geschrieben. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, manche Frauen denken leider auch in so Stereotypen. Ja, ja, Drehbuch David Callaghan. Ja. Ja, weil, also allein diese Tatsache so, ja, ich ziehe hohe Schuhe an, ich kann aber überhaupt nicht darin laufen. Da dachte ich mir schon so, was ist das denn für ein Bullshit? Wer zieht denn bitte hohe Schuhe an, in denen man nicht laufen kann? Also, sorry. Vor allem ist sie angeblich, also bei ihrem, den ersten Tag, den wir sie sehen, wurde sie, ist das ja ihr erster Tag an dem Job und sie wurde vor einer Woche angestellt. Und dann, also entweder man trägt zum Vorstellungsgespräch die hohen Schuhe und merkt, dass man das nicht kann. Oder, also doch, man sieht doch nicht am ersten Tag was an, mit dem man nicht umgehen kann. Ja, das ist halt so, ja. Ja, aber überschrückt man halt vieles, ne? Ich hab gerade mal hier Dave Callaghan geöffnet auf Wikipedia. Die Auswahl seiner Filmografie beinhaltet Doom, Horseman, The Expendables, Godzilla. Nein, okay, das wäre gut. Okay, warum schreibt er denn, warum schreibt er dieses Drehbuch? Äh, ja, okay. Also ich find das eh ganz schrecklich, wenn wir einen Film haben, in dem Frauen eine Hauptrolle haben und da nicht eine Frau irgendwie noch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Ja, zumindest als Co-Autorin. Naja, wir haben ja in der Produktion haben wir Patty Jenkins mit drin und Gal Gadot hat auch selber mitproduziert. Aber, ähm, ja. Also, 2017, als angekündigt wurde, dass es das geben wird, hat das Zack Snyder angekündigt und da hatte ich schon Angst, dass der das schreibt. Äh, äh, oder Regie führt. Also, ich bin schon froh, dass Patty Jenkins zurück ist. Ja. Die hat auch wohl eine ganz andere Vision für den Film. Da, äh, vielleicht werden wir dann bald auch den Patty Jenkins Cut bekommen. Ja, das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ich möchte noch was sagen zu unserem Bösewicht, den ich eigentlich gar nicht so böse finde, weil, ähm, er handelt natürlich, ähm, ja, in sehr egoistischen Absichten. Er ist aber nicht so ein klassischer Dr. Evil, der jetzt irgendwie die, ja, er ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich ihn genau beschreiben soll, aber er hat halt irgendwie. Ja, wie ein schlechter Trump halt. Ja, genau. Er hat halt nicht so dieses Super-Evil-Face. Es ist halt Pedro Pascal ohne Bart. Ähm. Ja, schrecklich. Ich fand, aber der hatte für mich dieselben Creepiness-Level wie, äh, Ewan McGregor in Birds of Prey. Ja. Das hatte genau dasselbe Level von, ich mag dieses Gesicht eigentlich, wieso ist der so eklig? Ja, genau, genau. Äh. Also, ich finde ihn super spitze, er hat es sehr, sehr toll gemacht, also wie er so diesen Wahnsinn richtig rausgelassen hat, ähm, man konnte die Sabberfäden teilweise irgendwie sehen. Ja. Das hat mir, äh, persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich hab ihn wirklich, ähm, als, als Schauspieler sehr lieb geworden, jetzt durch The Mandalorian. Ich fand den einfach klasse, ähm, und natürlich auch in Game of Thrones. Ähm. Ich fand den auch grandios. Er hat's toll gemacht. Er hat's toll gemacht. In King's Man Golden Circle. Absolut. King's Man Golden Circle, Mann. Ähm, ich hab mir auch so ein paar Interviews mal mit ihm, äh, angeschaut und er ist einfach sehr charming. Und, äh. Der ist knuffig einfach. Der ist super süß. Und nett und höflich. Und der ist ein wunderbarer Bruder. Der ist ein wunderbarer Bruder. Ja, das stimmt. Hat er das mit Luchs mitbekommen? Nee. Ja, hab ich mitbekommen. Was war das? Seine Schwester ist als Transfrau, äh, hat sich als Transfrau geoutet, äh, Luchs. Ah, okay. Und, äh, er hat das, und sie hat auch schon in ihrem Statement dazu gesagt, dass ihr Bruder sie da sehr, ähm, äh, unterstützt hat und so weiter. Und dann hat er sich auch immer nur positiv darüber geäußert. Ja, sehr schön. Also. Er ist einfach wirklich ein, ähm, ein cooler Typ. Und ich finde, ähm, der Film gewinnt auf jeden Fall, ähm, einen Mehrwert durch ihn. Ähm, ich finde, man hätte, ja, also man hätte diese Dreierkonstellation mit, äh, Diana, hier Minerva und, und unserem, äh, Lord. Ähm, das hätte gereicht. Den Stilfest zu einfach rausstreichen können. Dann wäre der Film auch, dann hätte er eine perfekte Länge gehabt. Dann hätte man ihn so weit kürzen können. Oh, aber, äh, mein anderes Thema. Aber dann hätten wir kein Invisible Jet. Na toll. Mein anderes Thema. Ich hatte mich ja auch viel gefragt mit den 80ern, ne? Ähm, und hattet ihr auch das Gefühl, dass die 80er gar nicht so präsent waren? Also, wie du gerade sagtest schon, am Anfang in der Szene fand ich auch so, als man das erste Mal, ähm, das Bühnenbild so gesehen hat. Das sah alles denn nach 80ern aus. Und dann das einzige Mal noch im Sportstudio. Und ansonsten war das für mich überhaupt nicht 80er. Also, Diana hatte ja auch immer super schicke Sachen an. Und die sah halt auch aus, als könnte sie jetzt so rausgehen. Das waren mir nicht 80er genug. Ja, aber die sieht auch nur aus, als würde sie jetzt so rausgehen, weil jetzt gerade 80er wieder in sind. Ja. Die hatte schon extreme Schulterpolstern und diesen ganzen, äh, diesen ganzen, äh, Boss-Bitch-Look. Das hättest du vor zehn Jahren nicht bringen können. Da wäre sie rausgefallen. Nur weil wir jetzt auf 80er-Jahre-Ästhetik stehen, könnte sie es auch jetzt wieder tragen. Also, ich fand es schon sehr präsent. Und auch wegen dem politischen Klima. Und man muss auch sagen, dieses Catcalling, was dort ein Thema war und diese, ähm, männlich dominierte Arbeits, ähm, ähm, Atmosphäre, das war schon in den 80ern noch schlimmer, als es heute ist. Auch wenn es heute immer noch nicht ganz ideal ist. Und natürlich für mich als, äh, ehemalige Geschichtsstudentin und History-Nerd, ähm, dieses ganze politische Klima, Klima ist halt total 80er, vor allem auch mit dem Ölkram. Das ist einfach, das ist 80er Deluxe. Und wie gesagt, ich bin halt auch die ganze Zeit bei, bei dem Pseudotrump hängen geblieben, der halt genau in den 80ern auch ungefähr genauso aussah. Und, äh, genau so sein erstes unerfolgreiches Casino eröffnet hat. Also, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass Patty Jenkins und, äh, von mir aus auch der Drehbuchautor, äh, da schon ein bisschen, äh, nicht ganz so subtil, äh, den heutigen Kapitalismus in einer, äh, überzogenen Vergangenheitsdarstellung, äh, näher bringen wollten. Weil dieser, dieser Spruch, den der am Ende sagt, ne, you can have everything, you just have to want it enough, äh, ist halt auch irgendwie das Motto des Kapitalismus, ne? Mhm, absolut. Also, ich finde aber trotzdem, ne, wenn man so ein Nerd ist in History und alles, klar, dann weiß man das. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht den 80er-Jahre-Vibe rübergebracht hat, wie zum Beispiel American Horror Story, äh, in der Staffel. Weißt du, also für den Otto-Normal-Zuschauer, Zuschauerin, ähm, finde ich's nicht 80er genug. Also, du hättest dir mehr Dauerwelle gewünscht. Ja. Genau, zum Beispiel mehr Dauerwelle, mehr Schulterpäußer, mehr rückte Muster. Apropos Dauerwelle, ich hab mir, äh, ich hab mir mehrere Notizen zu Barbaras Haaren gemacht, ja? Also, Dauerwelle war ein Faktor. Ja. Nein, äh, aber ich glaube, das liegt auch halt vor allem daran, dass Diana ist ja schon uralt und unsterblich und hat halt diesen Prep-Look. Dieses total proppere, äh, schick angezogen, ne? Weil in der Montage, als Steve sich Outfits aussucht aus dem Kleiderschrank von dem Mann, dessen Körper er besetzt hält, sind mega geile 80er-Sachen dabei. Ja. Und die Fanny-Packs und die Parachute-Hose. Ja, das stimmt. Und die Montage ist so mega 80er. Und sie dann so, hm, wie wär's auch mit nem Hemd und nem Schal. Und dann nachher, nachher trägt er halt wieder ein weißes T-Shirt und ne Jacke, die er genauso gut auch im ersten Film hätte tragen können. Ja, ja, aber er hat auch sein Fanny-Pack bestanden, ne? Ja, immerhin, das fand ich sehr gut. Ja, also die Szene, die hat mir schon auch gefallen, weil es einfach schön war, so ein bisschen, ähm, ja, wenn die schon zusammen da so sind, dass es halt auch mal sowas, ähm, ja, zu der Zeit Bezogenes gibt, ne? Dass, dass, ähm, Steve sich halt so ein bisschen wundert, okay, wie sehen jetzt die Klamotten aus? Und was ist das hier überhaupt? Und... Das war ja auch im Trailer, einer der witzigsten Szenen war, das ist alles Kunst. Ah, das hier auch? Nein, das ist ne Mülltonne. Ja. Ha, 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 ha. Steve ist in einer neuen Welt. Und das ist der ganze Comic-Relief. Sorry, wir hatten schon Steve, der das gemacht hat. Das war Captain America, die hat sich besser umgesetzt. Ja, es ist so. Ganz genau. Ne, aber es ist wirklich, also, ähm, wie ihr schon beide recht gesagt habt, ich finde Steve ein bisschen überflüssig, die ganze Storyline, ähm, aber ich glaube, der ist halt vor allem da drin auch für so Comic-Relief-Sachen, weil der macht die blöden Sprüche. Und der weiß nicht, was los ist, deswegen müssen ihm Sachen erklärt werden. Und, äh, ich finde es, ich finde es süß. Ich meine, ähm, außer, dass er am Anfang so merkwürdig aussah, am Ende sieht er ja wieder aus wie er selbst. Ähm, seine Liebe zu den Flugzeugen, als sie ihm die davor stellt, äh, ist so süß. Und das ist so, und der ist wieder auch zu gut für die ganze Welt, ne? Der ist ja am Ende der, der sagt, hier, komm, ich bin schon tot, du musst mich gehen lassen. So, also, ja, aber kam bei dir nicht auch die Frage auf, wieso braucht jeder Film ne Love-Story? Also, wieso braucht vor allem einen Film wie Wonder Woman ne Love-Story? Warum können wir nicht einfach unsere Superheldinnen bekommen ohne Love-Story? Carol Danvers hat das auch geschafft in Captain Marvel. Ja, und, äh, Batman hat, glaube ich, noch nie ne wirkliche Love-Story gehabt. Ja, also, es ist irgendwie immer akzeptierter, dass der Superheld, der männlich gelesene Superheld, ähm, der kann der, ähm, Single-Forever sein und, äh, der hat vielleicht mal hier und da eine kleine Bettgeschichte, aber bei einer Frau ist es halt wieder ganz anders. Eine Superheldin, die muss natürlich noch irgendwie zu jemandem Stärkerem aufsehen oder etc. Und, äh. Ich hatte halt vor allem das Gefühl, dass diese Liebesgeschichte nur drin war, weil, also, weil das dann mal kurz gezeigt hat, dass sie halt auch irgendwo ein bisschen menschlich ist und nicht immer nur die Two-Shoes, die das Beste für die Welt im Kopf hat, sondern manchmal halt auch an sich selbst denkt. Und das muss dann aber ja natürlich wieder über, ähm, muss, muss sie, ähm, äh, da muss sie dann drüber hinweg kommen, um wieder die Welt zu retten. Muss sie sich selbst wieder zurückstecken, so. Ja, man muss ja auch bedenken, dass sie krass im Ba war im Film, ne? Also, man sieht ja diese Anfangsszene, wie sie, ist sie auch, ist sie. Äh, man sieht ja am Anfang, wie sie als kleines Kind bei diesen ganzen riesigen Amazonen mitwirkt und da einer der schnellsten und besten ist und so. Dann kann sie nachher fliegen, dann kann sie nachher Dinge unsichtbar machen. Wonder Woman ist eine krasse Braut. Und das ist geil. Ja, aber. Weißt du, was ich, weißt du, was ich noch schlimmer finde jetzt? Jetzt, wo in diesem Film 84 gezeigt wurde, was die alles kann, dass die dann in der fucking Justice League so unterbenutzt wurde. Ja. Ja, das ist halt immer so traurig, ne? Ja. Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch die Liebesgeschichte vollkommen überflüssig. Steve ist ein netter Kerl, aber den habe ich da nicht gebraucht. Und, äh, ja, dann hätte ich lieber mehr von dem Sohn gesehen. Der arme kleine Sohn, der seinen Papa nur alle paar Wochenenden sehen kann und den trotzdem so liebt. Das war voll traurig. Ja, oder halt diese Geschichte mit, ähm, ja, Minerva und Diana und halt diese Cheetah-Sache, die man ja vielleicht auch noch ein bisschen hätte, ja, diese Verwandlung von ihr hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können. Weil ich war total überrascht. Ja, nee, da hätten wir noch schlimmes CG bekommen. Ja, wahrscheinlich, aber, ähm, mich hat's halt umso mehr irgendwie so ein bisschen geschockt, weil ich persönlich bin mit den Comics und der Wonder Woman-Geschichte an sich nicht so vertraut. Ähm, und dass auf einmal da halt so eine, ähm, Gegenspielerin, dass es die überhaupt gibt, wusste ich jetzt nicht. Ähm, jetzt bin ich natürlich schlauer, aber dass es halt Cheetah gibt und, ähm, ich finde, das hätte man halt irgendwie ein bisschen mehr aufbauen können. Das war halt so dieser, dieser Vorkampf vor dem Hauptkampf, den sie dann da bestehen muss gegen den Wunschstein. Und, ja, weiß ich nicht. Ja, zumal halt Cheetah auch die wichtigste Gegenspielerin von Wonder Woman in den Comics ist. Ja, und da ist sie aber verworfen gegangen, das echt ein bisschen genervt hat, ne? Also, ich hab mich auch die ganze Zeit gefragt, wann verwandelt sie sich endlich, wann verwandelt sie sich endlich? Weil ich ja wusste, sie ist halt ein Tier, ne? Ja, und eigentlich hätte sie halt irgendwie das am Ende auch beibehalten müssen, quasi. Weil, also, wir haben es ja nicht mehr gesehen, wir haben es nicht gesehen, ob sie ihren Wunsch zurückgenommen hat oder nicht. Aber ich weiß nicht, wie die das erklären wollen, wenn sie die nochmal wiederbringen. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde, wenn sie sie nie wiederbringen. Weil eigentlich ist die eben kein Gegenspieler für nur einen Film, weil die halt in den Comics immer da ist. Und vor allem ist sie auch eine ganz andere Art, wie sie, ja, und sie wird ja durch eine ganz andere Art auch eigentlich zum Tier, ne? Eigentlich ist es ja auch so ein Ritual von irgendeiner archäologischen Expedition und da kommt sie dann rein und dann tötet sie ihren Professor oder wer das da nochmal war, muss sein Blut trinken und so. Eigentlich ist das voll die geile, krasse Geschichte. Und jetzt so, ja, hier ist so ein Stein und ich wünsche mir was, jetzt bin ich Cheater. Ja, vor allem, ich wünsche mir zu sein wie Diana. Und dann wird sie halt zu so einem Raubtier. Das Raubtier ist der zweite Wunsch. Ja, okay, okay. Der zweite Wunsch war, ich möchte so sein, wie nie jemand vorher war und ich möchte ein Apex Predator sein. Ja. Also den Schritt habe ich schon verstanden, weil ich möchte sein wie Diana, hat nur dazu geführt, dass sie auf hohen Schuhen gehen kann und dass sie sich jetzt selbst verteidigen kann. Und dass sie plötzlich alle Männer mit ihr flirten. Ja, ja. Ach so, schade, ist so wasted halt, ne? Ein bisschen. Vor allem, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wir sehen, sie hat ihre Kräfte und dann wurde sie draußen auf der Straße nochmal von dem selben Typen angemacht, der sie da schon mal bedroht hat, der sie schon mal belästigt hat. Und dass sie sich dann wehrt, das wäre so ein toller, das wäre so ein Moment für eine Origin-Story. Ja, voll. Da kommt mir immer wieder, immer wieder in den Kopf dieser Twitter-Thread, den ich mal gelesen habe, für einen weiblichen Joker, die zum Joker quasi geworden ist, weil ihr ständig gesagt wurde, lächel doch mal mehr. Lächel doch mal mehr. Ja, voll die gute Idee. Und dass Cheetah, also eine Raubkatze, ihren Origin darin hat, dass sie Catcalling-Opfer ist, finde ich halt einfach eine Nuance. Das ist super. Ja, finde ich auch gut. Und das hätte halt auch jetzt so ein bisschen, naja, unseren Zeitgeist auch getroffen, ne? Total, das passt mega. Das ist ja nichts, es ist ja kein neues Thema und es ist seit ein paar Jahren und seit MeToo und so weiter, haben wir halt diese Themen immer wieder so rumfliegen durch Social Media und so weiter und das wäre halt echt mega. Stattdessen haben wir in dem Film quasi die Lehre bekommen, wenn du nicht gerade Wonder Woman bist oder Cheetah, dann hast du eh keine Chance, dich gegen Catcaller zu wehren. Und das fand ich irgendwie echt scheiße. Ja. Ja, also eine Sache, die ich auch unbedingt noch ansprechen muss, wo war denn bitte der Continuity-Manager oder die Continuity-Managerin in diesem Film? Mir sind so viele Sachen aufgefallen, wo ich echt dachte, warum guckt denn da keiner drauf? Also ganz besonders war das in der Kampf-Szene, wo sie die Kinder und so gerettet hat, da hatte sie so eine Wunde am Arm. Und diese, oder am Schlüsselbein, glaube ich. Und diese Wunde sah in jeder Szene anders aus. Und das ist schrecklich, das hat mich verwirrt, bis zum Gehtnichtmehr, ich achte auf sowas, ne? Und dann dachte ich so, jetzt blutet die mehr, jetzt blutet die weniger, jetzt ist es weiter links, jetzt ist es weiter rechts. Was war da los? Oder auch generell, dass Diana auf einmal im Kostüm da steht, obwohl sie vorher was ganz anderes anhatte. Also keine Transition, plötzlich im Kostüm, okay, kann ich mit leben. Von mir aus trägt die das für immer drunter. Ist okay, ist okay. Aber woher hat sie danach dann wieder den Militäranzug? Ja, ja, ja. Wo kommt der her? Und ich hatte das halt auch, ich bin ja Friseurin von Beruf, deswegen schreibe ich das jetzt mal als Berufskrankheit ab. Aber ich hatte es mit Barbaras Haaren die ganze Zeit. Ich habe echt, also, die startet mit so einer super tollen 80s Dauerwelle, ja? Die sie ausföhnt und richtig stylt für diese Zeitraum. Und dann schläft sie in ihrem Büro mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und hat am nächsten Tag hübscher gestylte Haare als vorher. Und dann geht sie zu einer Anprobe für ein geiles Kleid für diese Party, wo ihre Haare einfach aussehen, als wären die mit dem Eimer fett begossen. Und dann gehen die auf die Party und die Haare sind plötzlich fast glatt, ja? Und dann nachher, wenn sie Cheater ist, wo man die Dauerwelle hätte nutzen können, hat sie plötzlich fast glattes Haar, das auch noch nass aussieht aus irgendeinem Grund. Aber trotzdem toupiert ist, weil sie ja Punk aussehen soll. Und es hat mich so irritiert. Und ihre Haare waren auch immer plötzlich länger und dann wieder was kürzer und dann wieder länger. Also ich weiß nicht, wie dieser Shootingplan aussieht, aber... Ja, genau, das meine ich halt. Die haben da null drauf geachtet und das ist mir so sauer aufgestoßen. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass ich checken wollte, ob es Re-Shoots gab. Wegen Chris Pines merkwürdigem Gesicht und wegen Barbaras Haaren. Ja, Re-Shoots gab es bestimmt. Die gibt es ja eigentlich immer. Ja, aber halt, ob die irgendwie gehetzt waren oder wegen Covid anders oder was weiß ich. Weißt du, weil, ob da irgendwas Besonderes mit war. Also ich weiß ja zum Beispiel aus dem ersten Film haben die ein paar Re-Shoots gemacht, weil Gal Gadot schwanger war. Und die das dann nochmal, beziehungsweise während sie schwanger waren, nicht weil, wo die dann, weil sie schwanger war, den Bauch so mit Greenscreen bedeckt haben, damit die das nachher nachbearbeiten können. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, und ich frage mich, ob das zum Beispiel mit Chris Pines, ja, vor allem, die hat die ganzen Stunts dann gemacht, als sie noch schwanger war und schon einen Bauch hatte und so. Und die haben einfach bei dem Kostüm so den, die haben aus dem Kostüm quasi Rock und Crop Top gemacht und dann so grün dahin gemacht, damit die dann am Computer die normale Rüstung dahin machen konnten. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich dachte halt, dass Chris Pine vielleicht schon in einem neuen Projekt war oder so, weil, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch bei, ähm, bei Avengers hatte, hatten wir das, ähm, mit, ähm, Captain America, der schon seinen Snowpiercer-Schnurrbart hatte, da mussten die, da mussten die so einen Prostetik drüber machen. Und bei, ähm, war es bei Superman vs. Batman vs. Superman oder bei Justice League, da hatte Henry Cavill schon seinen, ähm, ähm, Schnurrbart, den die überschminkt, äh, bzw. den die mit CGI rausgemacht haben, was auch ganz, ganz schlimm aussah. Stimmt, der CGI-Schnurr ist. Und ich dachte, vielleicht war es sowas irgendwie. Und ich dachte, vielleicht war es sowas, warum, äh, da Chris Pine irgendwie im Uncanny Valley für mich gelandet ist. Ja, der sah seltsam aus. Der sah einfach nur seltsam aus. Also ich hatte das auch. Also nur in der ersten, also nur in dem ersten paar Szenen. Später halt nicht mehr. Das ist mir halt total aufgefallen. Sag mal, was fandet ihr in dem Film denn gut? Invisible Jet. Ey, ich hab hier, ich hab hier drei Sachen in Großbuchstaben stehen, ne? Okay. Das, das eine ist, äh, 80s Aesthetic. Ja. Invisible Jet. Und Diana in Gold. Ja, aber zu Diana... Die Sachen hab ich in Großbuchstaben. Zu Diana in Gold muss ich ja auch noch mal was sagen, weil auf diese Szene hab ich mich so gefreut. Ich hab das im Trailer gesehen und dachte so, oh mein Gott, die wird die Hälfte des Films, diese neue Rüstung haben. Und dann hat die im Endeffekt diese ganze Rüstung fünf Minuten an und die Flügel gehen nach einer Minute kaputt. Was war das denn bitte? Die sind ja noch nicht mal ganz kaputt, sondern die wirft die ja ab. Weil Cheetah die schon so sehr... Ja, und dann ist das so die stärkste Rüstung, weißt du? Ja, aber wie sad ist das denn? Ja. Das wird so in Zähne setzt mit diesen Flügeln und so. Was ich geil fand, war halt, äh, die Rüstung ist so stark, dass, äh, äh, Asteria damit die ganze Menschheit abhalten konnte. Und dann kommt Cheetah mit ihren Krallen und reißt da alle Federn raus. Das war so affisch, oder? Ja. Alle Männer konnten abgehalten werden, aber nicht eine Frau mit, äh, ähm, Leopardenmuster. Unfassbar. Naja, ich fand das, das fand ich auch sehr traurig, aber ich fand das Kostüm geil, vor allem, weil, äh, ich am Anfang des Filmes das Kostüm ganz, ganz schrecklich fand. Ich fand, das war viel weniger detailliert als im ersten Teil und es sah alles billig und viel zu glänzend aus. Und vor allem in der Kairos-Szene, wo die das dann plötzlich anhatte, sah das irgendwie voll leuchtend und übersteuert aus. Und erst später, als die, äh, in, äh, beim Präsidenten waren, bei dem Kampf, sah das erst wieder normal aus, so wie im ersten Film. Und, äh, deswegen fand ich die goldene Rüstung eine sehr schöne Ablenkung, ähm, eine sehr schöne Alternative, weil das halt wieder nach einer Rüstung aussah und eben nicht nach einem billigen Halloween-Kostüm. Okay, ähm, soll ich kurz sagen, was ich gut fand? Ja. Äh, ja, also wie, wie ich auch schon, ähm, ein bisschen erwähnt hatte, ähm, mir gefiel einfach die Endszene gut, weil die mich halt wirklich berührt hat. Ich fand das total süß, äh, auch wenn es halt wirklich ein bisschen kitschig war, aber ich fand es irgendwie schön. Ähm, ja, diese, diese 80s-Aesthetik fand ich auch cool. Ähm, ja, äh, ich, ja. 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 Und das sagt halt leider schon sehr viel über diesen Film aus, so, hm, ja. Hast du denn auch irgendwelche Highlights leer? Also, wie gesagt, ich fand die Anfangsszene mega, die hat mir total Spaß gemacht, da war ich voll drin und dachte so, oh mein Gott, das wird ein geiler Film, da hab ich voll Bock drauf. Und, ja, dann, hm. Aber, äh, da will ich ganz kurz rein, weil, ähm, weißt du noch, wir waren ja damals gemeinsam im ersten Wonder-Woman-Film im Kino. Und wir haben beide geweint, als das angefangen hat. Ach, richtig, wir hatten Gänsehaut und alles. Wir hatten Gänsehaut und haben geweint, weil wir nicht wussten, dass wir sowas mal sehen wollen, äh, mit den Armen. Und das hatte ich hier nicht, überhaupt nicht. Ich auch nicht, ne. Ich hab die ganze Zeit gedacht, Baby Dianas Outfit sieht aus wie irgendein Billo-Wrestling-Outfit, weil da überhaupt keine Details dran sind. Das Schönste an ihrem Kostüm war das Stirnband. Ich mein, die Schauspielerin hat richtig viel Spaß gehabt, die hat das super toll gemacht. Aber, ähm, äh, dieser Ninja-Warrior-Kurs, da hat mir das CG nicht gut gefallen, wo die da gesprungen sind und so. Also, ich hätte lieber gesehen, wenn die wirklich mehr Ninja-Warrior gemacht hätten und weniger, äh, irgendwie, ähm, wir können alle, wir können alle 3000 Meter weit springen, ähm, sondern halt wirklich einfach ihre Fähigkeiten. Ich mein, ich weiß nicht, ob es im zweiten Film jetzt auch so war. Ich glaube aber schon, dass die wieder dieselben, also nicht ganz dieselben, aber, äh, fast nur Stuntfrauen dafür engagiert haben. Und die können das ja alles. Und ich weiß nicht, warum man das dann mit irgendwie, äh, sechs Meter weiten Sprüngen machen muss, wenn auch ein, äh, dreieinhalb Meter weiter Sprung schon echt cool aussieht, weil der halt einfach wirklich real kräftig aussieht. Und mich hat das total rausgezogen, dass da wirklich ein paar CG-Sachen drin waren, die mir zu nach Computerspiel aussahen und eben nicht nach dieser rohen Stärke. Da waren ein paar Momente, die sahen geil aus. Ähm, das waren dann sicherlich auch die, wo wirklich am Set geklettert und gesprungen wurde. Aber sobald da irgendwas, das hat mich total rausgeholt. Echt schade. Ich fand aber auch, dass man total gesehen hat, dass die junge Diana halt eine Stuntfrau, äh, da noch hatte. Weil die war auf einmal irgendwie so zehn Zentimeter größer, hatte viel dichteres Haar. Und dann dachte ich nur so, hä, also wie, wie, warum wird denn darauf nicht geachtet, ne? Also, ich hatte wirklich das Gefühl, die wollten diesen Film halt einfach fertig machen, draufkloppen, ohne halt nochmal drüber zu gucken. Und das ist so schade. Ja, das stimmt. Ich hab noch eine Kontroverse bei Wikipedia gefunden. Möchtet ihr da noch kurz was zu sagen vielleicht? Ja, da möchte ich gleich auf jeden Fall was sagen. Aber die Lea hat vielleicht ja noch ein anderes Highlight, wenn du noch bei Positiven. Ja, ich fand's cool, dass Cheetah auch tatsächlich eine Raubkatze war. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor, dass sie das nicht machen. Und, ähm, mein anderes Highlight ist auch auf jeden Fall die goldene Rüstung. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein paar positive Sachen gesammelt. Ich mein, ähm... Immerhin. Ähm, ja, und diese Kontroverse jetzt, ich bin nämlich grad auch nochmal diesen Wikipedia-Artikel durchgegangen. Und, ähm, da geht es darum, ähm, dass der Film eine Kontroverse auslöst bezüglich der Übernahme, ähm, des anderen Körpers. Also, wieder auf, äh, Steve gemünzt. Ähm, da ja Steve und Diana, ähm, ja, die Nacht miteinander verbringen, ähm, wird diese Handlung von manchen Kritikern als Vergewaltigung des Mannes aufgefasst, in dessen Körper die Seele von Steve steckt. Mhm. Krass, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Äh, das, ich hab da drüber nachgedacht. Mich hat das auch total gestört. Ich fand auch, also, ich hab mir auch direkt, also, schon als das diese Spiegelszene war, also, wo der sich selber, also, wo man dann wirklich bestätigt bekommt, der ist im Körper eines anderen Menschen. Und, ne, das wurde nicht irgendwie, äh, Plätze getauscht oder so, hab ich direkt die moralischen Aspekte im Kopf gehabt. Äh, wo ist der Typ? Ja, und warum überhaupt? Genau, das hab ich mich auch gefragt. Sind die gleichzeitig in dem Kopf wie bei Seelen? Oder ist der blank, äh, wie im, äh, in, in Get Out? Oder ist, äh, ähm, ist der jetzt, äh, gerade quasi in seinem Glauben von, äh, Nachleben? Oder, was, wo ist dieser Typ? Ja, ja. Und das hat mich nicht losgelassen. Und ich hatte gehofft, dass es irgendwann angesprochen wird. Aber wurde es halt nicht. Und stattdessen kriegen wir dann am Ende noch den Typen nochmal vor Gesicht gesetzt, äh, der dann nochmal denselben Satz sagt, als hätte der jetzt plötzlich, hm, das fand ich ganz ganz schön. Als hätte der geträumt, so, ne? Als hätte er geträumt und diesen Satz so mitgenommen und ich, ja, also wenn ich jetzt auch mehr drüber nachdenke, finde ich es halt einfach so ein bisschen weird. Und das ist einfach so, ähm, die haben sich das so zusammengepuzzelt, wie es ihnen halt gerade passt, ob das jetzt logisch ist oder nicht. Ähm, da haben die überhaupt nicht drüber nachgedacht und das finde ich halt so billig. Es ist irgendwie billig. Der Schauspieler wurde übrigens offiziell, also der, in der, in der Castliste steht er nur als Handsome Man. Ja. Wow. Das ist ja auch bescheuert. Wow. Der arme Typ, ey. Ja. Aber, also, ich, ähm, ja, Vergewaltigung. Ist es eine Vergewaltigung? Weiß ich nicht. Äh, ich hatte letztens noch die Unterhaltung, auch mit Lea, wegen der Bridgerton-Sache, wo ja auch über Vergewaltigung gesprochen wird. Ähm, weil manche das so sehen und manche andere sagen, ist keine Vergewaltigung, unter anderem halt auch Menschen, die selber Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, die das halt nicht so sehen, weil sie sagen, das ist nicht so schlimm gewesen wie die tatsächliche Gewalt, die sie erlebt haben. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin kein Freund von Relativierungen und finde, Gewalt ist Gewalt, egal wie doll sie ist. Das, ähm, äh, und vor allem so eine psychische Sache ist halt auch genauso schlimm wie eine körperliche. Aber, ähm, ich finde es halt vor allem einfach schlecht, dass es nicht angesprochen, also gar nicht angesprochen worden ist. Das ist einfach übergriffig. Ja. Es ist übergriffig, ähm, vor allem aber, also, weil Diana sagt ja, sie sieht nur ihn. Aber sie, sie weiß ja auch, dass er anders aussieht, weil das sagt sie auch so. Naja, er sieht ja auch anders aus, also er läuft ja nicht als die rum. Also sie, es ist ja nur ihr Blick, ne? Und eigentlich läuft da dieser Typ mit den schwarzen Haaren nur durch die Gegend. Genau, und mit dem schläft sie halt. Also vermutlich. Ja. Auf jeden Fall schläft sie mit ihnen in einem Bett und küssen sehen wir sie sich, ja. Hm. Und da kann diese Person, dessen Körper dort benutzt wird, kann dazu keine Zustimmung geben. Ja, also per se ist es eine Vergewaltigung. Im Prinzip ja. Ja. Ja, also für mich ist das, kommt da ganz klar ein Strich drunter. Ja, also ich weiß nicht, ich finde einfach schon allein diese Idee, naja, wie machen wir das? Wie holen wir Steve zurück? Na ja, ähm, ja, das geht ja nur, wenn man die Seele in den anderen Körper steckt. Und was ist mit diesem Typen? Na ja, ist ja egal. Ähm, ich finde es ist einfach so, ähm, an den Haaren herbeigezogen und, ja, es macht halt einfach... Ja, vor allem wenn du Magie benutzt, dann kannst du doch den auch einfach so machen, dass der Körner wieder da ist. Du kannst doch auch einfach da hinstellen. Ja, genau. Ich kann einfach sagen, wir haben den da rausgezogen. Weißt du, was ich noch spannender gefunden hätte? Wenn wir schon in so einer Situation sind mit Beware for what you wishing. Ähm, wenn, äh, die Steve Trevor aus seiner eigenen Timeline gezogen hatten, aber bevor er sie überhaupt kannte. Dann existiert der wieder, aber die sind noch nicht... Aber da weiß man ja nicht, was sie sich genau gewünscht hat. Oder weißt du, was schön... Vielleicht hat sie sich ja auch gewünscht, äh, die Liebe weiterleben zu können oder so. Also weißt du, was ich halt schöner gefunden hätte, wäre einfach so eine Lösung, okay, ähm, man hat es sich gewünscht, du bist wieder da, dass er sich halt, ähm, aus so Partikeln zusammensetzt und dann steht er da. Und wenn er dann, wenn sie ihren Wunsch zurücknimmt, dann zerfließt er wieder in Teile, dann löst er sich auf. So wie bei, äh, hier, äh, Avengers, ne? Ähm, irgendwie so, dass man halt nicht diese, ja, dass man halt nicht in die Bredouille kommt, irgendwie irgendwo einen Körper herholen zu müssen. Was halt völliger Blödsinn ist. Ich meine, dann hätte man natürlich gucken können, okay, dann kann man nicht diese tolle, ähm, Klamottenshow machen, weil Diana ja zu Hause keine Männerklamotten hat. Ja, aber das hätte man ja auch anders machen können. Hätte man in ein Geschäft gehen können, so, wir müssen dir jetzt hier Klamotten suchen. Bla. Ähm, dafür... Vor allem, weil sich ja im Film auch gezeigt wird, dass Diana ohne Ende Geld hat. Ja. Als sie das Auto von dem ägyptischen Taxifahrer einfach mal kauft. Ja, also, ich weiß nicht, man hätte es einfach klüger lösen können. Und ich finde halt diese, ja, mit Handsome Man, äh, Geschichte, das, das ist wirklich blöd. Ist einfach blöd. Ja, die hatten halt irgendwie so ein Puzzle, aber die Puzzleteile passen nicht zueinander. Und nachher, kennt ihr das? Weißt du, wenn man so versucht, zwei Puzzleteile ineinander zu stecken, die gar nicht passen, und dann sieht es furchtbar aus. Ja, genau so ist es. Ja, genau so war es bei dem Film leider. Also, ich finde es super schade. Und vor allem, also, äh, wo du, wo du jetzt gerade nochmal Handsome Man gesagt hast, ist mir das nochmal bewusst geworden. Und dann hätten sie doch wenigstens irgendwie so einen durchschnittlich aussehenden Kerl mal nehmen können und mal gucken, wie, äh, wo eine Woman darauf reagiert. Weißt du so? Ja. Aber sie sieht ja nur ihn. Wieso sieht der Typ auch noch fast so aus wie er? Ja. Ja, ja, ja. Naja, gut. Ach, Mädels. Es ist so schade, oder? Es ist schade, aber wir können uns, äh, drauf gefasst machen, dass es auch noch einen dritten Teil geben wird. Ja. Oh, echt? Äh, genau. Es ist ein, es, ähm, es gibt insgesamt quasi vier Filme. Einer davon ist ein Film über die Amazonen. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Äh, genau. Das könnte cooler werden. Da würde Patty Jenkins, da würde Patty Jenkins, wird da aber keine Regie führen, sondern nur in der Produktion beteiligt sein. Okay. Und, äh, der soll wohl spielen in der Zeit, äh, also der fängt an quasi, wenn Diana das, äh, die Insel verlässt, also während der Zeit des Ersten Weltkriegs und der soll auch die, äh, ein Verbindungsstück sein zwischen Wonder Woman 84 und dem dritten Wonder Woman Film. Okay, dann sind wir mal gespannt. Ja. Und der kommt zuerst. Und danach kommt dann der dritte Wonder Woman Film. Cool. Alright. Ja. Also. Also, ich bin im Prinzip, also ich bin, äh, enttäuscht, weil mir der Film nicht so gut gefallen hat, aber, ähm, ich bin ganz froh, dass der trotzdem ganz gut so gelaufen ist, sag ich mal, äh, geldmäßig. Ich finde nämlich eigentlich so ganz prinzipiell, muss nicht jeder Film mit einer weiblichen Hauptrolle immer grandios sein, nur damit wir mehr Filme mit weiblichen Hauptrollen bekommen. Das ist richtig. Es gibt so viele unterdurchschnittliche männliche Superheldenfilme, ähm, da darf auch mal, äh, einer von drei Frauenfilmen, äh, daneben greifen. Ja, auf jeden Fall. Also, das will ich dem Film auch jetzt nicht irgendwie vorwerfen oder so, aber ja, wie gesagt, ähm, ihr lieben Zuhörer. Wir haben alle unsere Punkte, ähm, gehört, was wir kritisiert haben, was wir aber auch gut fanden. Ähm, genau. Ähm, aber ich denke mal. Ich mag das ja eigentlich nicht, ne, wenn alle immer nur meckern, aber. Ja, aber wir haben ja auch positive Sachen gesagt, also, es ist ja nicht so, dass jetzt alles komplett superschlecht war, ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir diesen Film mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht nicht nochmal angucke. Ja, ich gucke mir lieber nochmal den ersten an. Ja, ja, nicht wahr? Also, der hat mich dann doch auch mehr mitgenommen, so, ja. Hm. Ich, ähm, ja, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass die Geschichte weitergeht und dass, äh, jetzt, wo sie, äh, ihre Liebe wirklich auch aufgegeben hat für das Bessere der Welt, dass wir im nächsten Teil nicht eine neue Liebesgeschichte bekommen. Ja, das wünsche ich mir auch. Ganz genau, so ist es. Alles klar. Genau, das wäre meine Hoffnung. Und dann, äh, ja, ansonsten sind wir jetzt alle der Wandel, den wir sehen wollen in der Welt. Ganz genau. Ja, dann, äh, hoffe ich mal, dass der nächste Film uns ein bisschen zufriedener stellen kann, aber ich denke mal, da, ähm, ja, da können die nicht so viel falsch machen. Also, schlechter werden kann es, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich. Doch, doch, doch. Leute, klopft mal sofort auf Holz. Okay, ähm, ja, wir würden uns natürlich, ähm, über euer Feedback da draußen freuen. Wie hat euch der Film gefallen? Schreibt es uns, meldet es uns. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Und ich würde mal sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Und lasst uns auch, äh, wenn ihr Wünsche habt oder sowas, eure Wünsche für nächsten Girlizismus-Podcast, äh, rüberwachsen. Ja, genau. Also, wenn ihr da ein paar Themenvorschläge für uns habt, wir haben uns natürlich schon ein bisschen was ausgedacht, aber Vorschläge sind immer gern genommen, dann schreibt die uns. Bis dahin sage ich jetzt schon mal Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.